hallo liebe schläfers fans und fans innen scheiß auf das oktoberfest bei uns darf man auch im frühjahr saufen und fröhlich sein denn wir präsentieren dieses mal die wunderbare amerikanische debil sauf komödie bierfest im original titel übrigens auch bierfest was du nicht sagst peter dann sag uns doch auch mal bitte gleich was hast du denn für eine wunderbare cocktail empfehlung für uns zusammengezaubert das hier mein lieber oliver ist ein weizenhelles kölschpilz alt das lecker warm am besten knallt das klingt ja ganz hervorragend recht in der annahme dass du einfach alle genannten zutaten lauwarm wie hier reingeschüttet hast damit wir sie lullepissig genießen können war eine assoziation von dem erlebnis das ich mal hatte als ich auf einer party am nächsten morgen alle bierreste getrunken habe aus den aus den gläsern noch im halbschlaf und das war geschmackserlebnis du das war mit nichts zu vergleichen und das wollte ich mal mit euch teilen ja super toll also da freuen wir uns einfach ein bier nach wahl eiskalt aus kühlschrank holen saufen geht auch nicht also wie wir sehen uns dann beim bierfest aber du hast doch noch was in die kamera geflüstert wie lecker ich deine lullepulle finde gut prust